Der PvP-Profi Ey, du Dreck Okay, wer war das? Der kleine Drecke, der da oben, okay? Der denkt auch, ich hol jetzt nicht meine Oppressor raus, oder was? Freunde, nur zum Online-Zum Geldgrinden nutzen die Oppressor, ihr wisst Bescheid Ein Scheiß, Alter Komm her Ha, komm her Ach, Scheiß drauf Ach, Scheiß drauf, Digga Ach, Ach, Scheiß drauf, Bro Ey, ey, ey Mein lieber Herr Gesangsverein So Digger, wie schlecht sind denn diese Oppressor-Raketen?